...und die Bundesorganisationen von Kürnitz-Bahn, 13. Jahrhundert-Jahr, Röntz-Janik-Bee, Schülerbrinz-Jonas-Bohr und General Reinhardt-Gamm. Untertitelung des ZDF, 2020 Gemüssen Sie die Farbenpracht der Uniformen. Gründungsdatum dieser Bruderschaft ist das Jahr 1200. Wahnsinn. Den Abschluss für die San Sebastianus Schützenbruderschaft Königshofen, der Gastgeber dieses hervorragend organisierten Bundeskönigsfestes, und damit befinden Sie die Farbenpracht, und wir werden es alle ausgesprochen, an den Königshofen. Wir haben uns hier als eure Gäste sehr wohl gefühlt. Würden wir in 40 Tagen nochmal feiern wollen, wir gehen bestimmt, aber ich glaube, dass es nicht so gut war. Ich darf begrüßen das Königspaar. Wir warten noch einen Moment. Während die reizenden Umfragen an den Ruhe ziehen, können wir langsam überleiten zum Königspaar, das auf dem Weg zum Gewinn ist, Luca Rios und Andrea Neubauer. Der Vorsitzende ist Georg Jungs. Und wir auch an dich herzlichen Dank an dich und an dich, und alle, die mitbekommen, dafür geschaut haben, dass dieses Fest so hart vorragend abgelaufen ist. Kommandant ist Hans-Peter Schiffer und mit dabei selbstverständlich ihren Brudermeister für die Frau. Und sie haben auch einen eigenen Muttiensverein, das Bundeskanzlochhorn, den ich so finde, von Herrn Schüttner-Elf, mit seinem Gästen Matthias Wurtz, und den Abschluss füllen die Arzellerie. Das Bundeskanzlochhorn, den ich so finde, Schönen Dank für die Aufmerksamkeit und uns allen noch ein paar fröhliche Sätze, für die Kreis der Frau Fütze und Frau Fütze-Fütze-Familie. und den Betriebs der Frau Fütze-Fatgeber. Aus dem Weg ist es von unserem Guttaussertgefühl, der wir auch mit ihm so verabschieden. Die Frau Fütze-Fatgeber und glaubt, Der Schönenbilder-Fatgeber, mit der Frau Fütze-Fatgeber und die Rentschein, mit der Frau Fütze-Fatgeber und die Rentschein-Fatgeber, und die Frau Fütze-Fatgeber zum Schweren-Fatgeber-Fatgeber. Stimmengewirr Hallo. Ja, okay. Ja, okay. Okay, okay. Tschüss.